Willkommen in den Badegärten Eibenstock in Sachsen. Willkommen im Wilden Osten, wo Männer noch Männer und Aufgüsse heiß wie Wüstensand sind. In der einzigartigen Saunalandschaft geht es actiongeladen oder himmlisch entspannend zu. Das liebevoll gestaltete Saunadorf bietet eine ganz besondere Atmosphäre mit Pools, Lagerfeuerambiente in den Ruheräumen und meditativen Ecken wie dem japanischen Saunagarten mit der einzigartigen Steinsauna. Aber, pst, hier ist Reden verboten. Gesellig wird es dagegen in der Ritualbanja. Hier wird die russisch-karellische Saunakultur zelebriert. Besonders beliebt bei den Gästen das russische Wenig-Ritual. Eibenstock erreichen sie am besten mit dem Auto, denn leider gibt es keine Bahnverbindung mehr. Mit dem Bau der Talsperre Eibenstock, der größten Talsperre in Sachsen, wurde die ehemalige Bahnverbindung geflutet. Dafür kann man jetzt rund um den Stausee wunderbar Rad fahren oder wandern. Wandern können sie auch zum Blauentaler Wasserfall, dem größten Wasserfall Sachsens. Auch dieser ist künstlich angelegt und herrlich anzusehen. Wasserwandern Wellness fehlt nur noch das kulinarische Extra. Passend zu den heißen Ritualen in den Badegärten erleben sie im Hotel Ratskeller, direkt gegenüber der Eibenstocker Kirche, etwas ganz Besonderes. Den heißen Tisch. Das ist mal ein Lagerfeuer, das eines Cowboys würdig ist. Das ist ein Lagerfeuer, 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 das ist ein Lager